Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Jojo-Effekt vermeiden. Ich bin die Diätassistentin Rose Fröhlich mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ihr Lieben, denkt dran, plus weg, abonnieren, je nachdem auf welchen Kanal ihr mich seht. Also zum Patientenfall zurück. Ich hatte einen Patienten, der in die Beratung kam und verschiedene Diäten gemacht hatte, dann die Erfahrung gemacht hat, dass er immer nach den Diäten wieder zugenommen hat und er mich dann fragte, was man dagegen tun kann. Im Moment war er ein bisschen in Stabilität drin. Das heißt, wenn Stabilität ist, müssen wir auch immer gucken, was wird sozusagen umgesetzt, was wird gemacht, wird zu wenig gegessen, wird die Nahrung sozusagen falsch ausgewählt. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen schauen, was da los ist. Also erst noch muss man Jojo-Effekte unterscheiden in Jojo-Effekte nach einer Diät und es gibt die Möglichkeit, dass Jojo-Effekte auch täglich entstehen können. Die Jojo-Effekte nach einer Diät ist ja immer, wenn ich etwas reduziere, wenn ich etwas weglasse, wenn ich mir was verbiete und meine Diät umsetze, dann ist es häufig so, dass ich ja irgendwann hinterher wieder anfange zu essen. So ganz bekannt ist ja immer Kohlenhydrate weg und an den Stellen reagiert das Gehirn tatsächlich immer mit einer Gegenreaktion. Das heißt, natürlich nicht bei allen Menschen, aber es gibt die Möglichkeit, nehme ich den Zucker sozusagen raus, also die Kohlenhydrate reduziere ich die, dann fängt das Gehirn an zu gucken, wie viel Zucker ist in der Blutbahn und wenn zu wenig Zucker in der Blutbahn ist, kann das Gehirn eine Gegenreaktion auslösen, nämlich die Leber anschmeißen, dass sie Ersatzzucker liefert. Das kann über das Glukagen der Leber sein, das kann über die Glucose in Kurzform sein oder wenn einige kennen das auch, manchmal riecht man das bei den Gewichtsabnahmen mit den Ketonen, dann haben wir immer einen Fettabbau und daraus sozusagen wird dann auch ein Anteil an Energie sozusagen rausgezogen. Letztendlich lange oder längere Diätphasen über zwei, drei oder mehr Wochen oder beim Fasten, wo ich das Essen komplett weglasse oder einen Schwerpunkt des Essens weglasse, können eben immer zum Jojo-Effekt führen. Warum? Das Gehirn speichert später das, also erst nimmt das Gehirn ja wahr, dass nichts zu essen kommt oder wenig und wenn wieder was zu essen kommt, dann sagt das Gehirn, oh, wer weiß, ob das Gehirn wieder irgendwann Diät macht. Also speichere ich mal alles, was geht und baue eventuell auch Körperfett auf. Das heißt, deswegen geht das Körperfett häufig auch nach einer Gewichtsreduzierung manchmal wieder hoch, weil häufig die Struktur nicht des Essens, ich sage, in gesunder Variante umgesetzt wird, sondern erst streng weg und dann sozusagen wieder mehr essen oder bestimmte Dinge wieder einbauen. Häufig sind es ja die Kohlenhydrate, weil die den Insulinspiegel, also den Zuckerspiegel erhöhen und dann den Insulinspiegel und dadurch wird eh nochmal mehr Körperfett aufgebaut. Das heißt, der Jojo-Effekt ist immer ein Hin und Her zwischen Essen, Nicht-Essen oder längere Phasen, Essen weglassen, Verbote und häufig rutschen wir eben aus den Verboten im Zuge des Gehirns auch wieder raus. Der tägliche Jojo-Effekt, über den wird relativ wenig gesprochen. Denkt rein, ihr Lieben, Plus weg für die Infos. Es ist immer so, dass der Jojo-Effekt selber, dieser tägliche Jojo-Effekt, immer in den Phasen entsteht, wo die Leute mal so essen, mal so essen, mal drei Malzeiten, mal zwei Malzeiten, mal gar nicht essen, mal drei Tage Saftkur machen oder irgendwas anderes an Diät. Dieses immer hin und her, mal so, mal so, mal zwei Malzeiten, mal Kohlenhydrate zur Mahlzeit, mal nicht, den einen Tag mittags ja, den anderen Tag mittags nicht, dann gibt es einen täglichen Jojo-Effekt, weil das Gehirn nicht immer sieht, dass genügend Energie sozusagen in den Nährstoffen aufgenommen wird und wenn zu wenig Zucker da ist, macht er halt einen täglichen Jojo-Effekt. Das heißt, den einen Tag Kohlenhydrate weglassen zur Mahlzeit und den anderen Tag sie wieder einbauen, führt immer dazu, dass auch das Gewicht stabil bleibt oder bei einigen über die Jahre dann tatsächlich auch hoch geht. Also von daher, oder überhaupt bei Untergewicht zum Beispiel sehen wir auch immer, wie das zu wenig gegessen wird. Das heißt, auch da ist diese Schwierigkeit mit dem Ganzen hin und her. Das heißt, das Gehirn will Kontinuität, Regelmäßigkeit, versucht also immer moderat etwas Kohlenhydrate einzubauen. Wer vorsichtiger sein will, kann ja eine kleinere Menge nehmen oder wer weiß, dass er einfach vorsichtiger sein möchte wegen des Blutzuckeranstieges und dem Insulinspiegel. Also moderat Kohlenhydrate einbauen und dann nicht die leckeren Kohlenhydrate, die schnell den Zucker ansteigen lassen, sondern die gesunden Geschichten, Kartoffel, Reis, Nudeln, richtige Menge, könnt ihr im Ernährungsmaß ja sehen. Habe ich auch schon Videos zugemacht, also schaut einfach da mal rein in den Portionsmengen. Gemüse dazu und Fisch, Fleisch, Geflügelei oder eine höhere Gemüselast, wenn ihr vegan oder vegetarisch unterwegs seid. Und guckt immer, dass ihr eine Eiweißquelle habt, weil die macht den Sättigungseffekt. Also das Essen ist nicht verboten und wir sehen ja auch, dass alle Diäten immer sehr individuell bei einem Reaktion hervorlösen oder auslösen. Sorry, das heißt jeder muss so ein bisschen gucken, personalisiert, was zu ihm selber passt. So ihr Lieben, also täglicher Jojo-Effekt oder Jojo-Effekt langfristig, vorsichtig sein, Essen einbauen. Ihr Lieben, danke für euer Zuhören plus weg, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich aufs nächste Mal, eure Sandra.